hallo und willkommen beim stream von star trek online es geht endlich mal hier weiter es ist ein bisschen später geworden hat sie an die bord an die wohl schon viel früher anfang ich habe vergessen dass heute noch zwei stunden die die dings punkt ist die oh gott die tägliche wartung mensch so verdammt lass es brennen ja hmm Gut, dann gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hab's alle weggeschmissen. Nee, Spaß. Naja, bin ich weggeschmissen. Verdammt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Freiheit, Feind der Mine. Feind der Mine. So, was hab ich hier momentan noch liegen? Nix besonderes. Gut, 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 gut. Willkommen beim Stimuliatum gekommen sind. Ich hab zweimal diese Wattwur bla 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 gekriegt und einmal diese dominiert. Hm, mag ich. Ne, nicht andocken. Dektorraum. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. So. Oh. Hm. Hm. Nein, nicht mehr so. Gefahrene Mütter. Was bist du? Untertitelung. BR 2018 Mm-hmm 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 Oh Mm-hmm 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 Willkommen bei uns mit dir zugekommen sind Schneiden, nachdenken, wieder auf langgeschwinderte Fähigkeit betreuen Mm-hmm Okay Nee 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 Hütternd, kann ich nicht, nee, das mach ich auch nicht Hütterung, nee, das brauche ich aber nicht unbedingt Nee, ich bin kein Tank Rotonische Flotte Mm-hmm Nicht schlecht Ich mach doch doch mal auswärmen, mhm Ja, 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 ja. Ich sehe gerade eine Lunde. das machen wir bei den Kontrolleffekten was zum Teufel schon dass ich hier gerade so lange was mache aber ich muss hier erst mal das ganze Zeug hier hinkriegen so jetzt ist mein Controller aufgeladen das mache ich automatisch was ist das schon wieder Hilfssystem anvisieren ne meine ich